Musik Einen wunderschönen guten Morgen. Darf ich Ihnen etwas helfen? Oder würden Sie lieber etwas umhören? So werden Sie in der Dorftorgerie Hafen in Wassersdorf, dem weit herum bekannten Fachgeschäft für natürliches Heilen, empfangen. In der Dorftorgerie Hafen finden Sie alles, was in eine klassische Torgerie gehört. So zum Beispiel diverse Kosmetikartikel mit dem Schwerpunkt auf Naturkosmetik, Babynahrung, welche zum Dauertiefpreis angeboten wird, sowie die klassischen Medikamente. Aber am meisten liegen uns natürlich unsere Naturheilmittel, wie zum Beispiel Spagyrik, Christpflanzen-Tinktur, Aromatherapie und auch Schüsselersalz am Herzen. Aus all diesen verschiedenen Spagyrischen Essenzen, aber auch aus den Frischpflanzen-Tinkturen, mischen wir individuell auf Sie abgestimmte Mischungen, so dass genau das Medikament entsteht, das Sie auch wirklich brauchen. Neben diesen individuell auf Sie abgestimmten Mischungen werden Sie aber auch in den Bereichen Schüsselersalze, Vitalstofftherapie und Aromatherapie kompetent beraten. Gerne mischt Ihnen das Team der Dorftorgerin Hafen Ihr individuelles Schaumbad, Duschchen oder Massagen und etikettiert dies mit dem von Ihnen gewählten Bild, welches Sie vorgängig per Mail, auch Diskette oder CD vorbeibringen können. All die Fachkompetenzen und auch die Dienstleistungen, die wir Ihnen im Bassersdorf anbieten, finden Sie ebenfalls in Dietlika in unserer Filiale. Dort, wo Sie kompetent und pflichtbewusst von Herrn Joachim Schröck bedient werden.